Ja, hallo meine Damen und Herren, heute möchte ich Ihnen unter dem Thema Land unter Deutschland und seine Hochwasserkatastrophe einige Zusammenfassungen geben über die Ereignisse aus dem Juli diesen Jahres. Mein Name ist Matthias Hofmann, ich bin Historiker, Orientalist und Medienwissenschaftler und als Dozent für die Volkshochschule Reutlingen tätig. Ja, in den ersten Juliwochen 2021 ist das nun endlich eingetreten, was uns Wissenschaftler schon immer vorhergesagt haben, nämlich die Klimaveränderung ist da. Das Hochwasser in unseren Breitengraden ist kein Einzelereignis mehr. Wir werden uns wohl auf solche Extremwetterlagen in Zukunft öfters einstellen müssen. Durch die Klimaerwärmung hat sich der sogenannte Jetstream, wie das die Wissenschaftler immer gerne erklären, der unser europäisches Wetter maßgeblich bestimmt verändert. Im Gegensatz zu früheren Zeiten kommt es dadurch entweder zu längeren Dürreperioden oder eben auch zu längeren Regen- oder Sturmperioden. Kam es in den letzten Jahren eher zu Dürreperioden, wir haben das vor allem 2018 und 2019 gespürt, so erlebten wir dieses Jahr eine längere Sturmperiode inklusive von dem sogenannten Starkregen. Unter Starkregen versteht man, wenn es innerhalb einer Stunde mindestens 17 Liter auf den Quadratmeter regnet. Dabei handelt es sich um eine Wassermenge, die in ein durchschnittlicher Boden nicht mehr aufnehmen kann. Aber dabei blieb es nicht. In einigen Regionen hat es lokal bis zu 100 Liter und mehr auf den Quadratmeter geregnet. Dadurch überfluteten die Gewässer so schnell und so ungehemmt ihre Ufer, dass die Menschen weder die Zeit fanden, ihr Hab und Gut oder sich selber noch in Sicherheit zu bringen. Interessant war aber auch die Tatsache, dass nachdem sich das Hochwasser seinen Weg gesucht hatte und sich die nächsten größeren Gewässer entleert hatte, man keineswegs mehr von Hochwasser gesprochen hat. Da die zusätzlichen Mengen Wasser gut von den bestehenden Hochwasserschutzanlagen bei den größeren Flüssen, ob es sich um die Mosel, den Rhein oder den Neckar gehandelt haben oder auch die Donau, gut aufgenommen werden konnten. Das heißt, unsere zukünftigen Hochwasserschutzvorrichtungen müssen sich verstärkt auch zukünftig um kleinere Gewässer kümmern. Eben alle die Gewässer, die bis dato eher stiefmütterlich behandelt wurden, was den Hochwasserschutz angegangen ist. In den letzten Tagen mehrte sich auch die Kritik am deutschen Katastrophenschutz. Dass die zuständigen Behörden nicht rechtzeitig die Bevölkerung von den bevorstehenden Unwettern gewarnt hätte. Aber auch die diesbezügliche Nina-Warn-App haben nur wenige Bürger auf ihrem Handy installiert, sodass auch hier nur wenige Bürger von den bevorstehenden Unwetter überhaupt in Kenntnis gesetzt werden konnten. Aber natürlich muss jetzt genauestens analysiert werden, was war gut bei dieser Geschichte und was war nicht so gut gewesen. Und dann müssen hier eben Maßnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel sollte auf jeden Fall die Sirenen in den einzelnen Kommunen wieder in Gang gesetzt werden. Und auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden, ob sie nun auf Bundes-, Länder- oder Kommunalebene sind, sowie die Einbindung der verschiedenen Hilfsorgane, wie Rotes Kreuz, THW und Feuerwehr, müssen zukünftig besser miteinander koordiniert und abgestimmt werden. Ja, man fragt sich natürlich auch, und wie hat sich unsere Politik bei dem Ganzen geschlagen? Wir haben in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass Politiker, die es verstanden haben, ihre Anteilnahme an solchen Katastrophen den jeweiligen Bürgern auch zu suggerieren, dass sich das ganz gut für ihre eigene politische Karriere ausgezahlt hat. Nehmen wir nur einmal Helmut Schmidt als Beispiel, SPD, der bei der Sturmflut in Hamburg 1962 das Regiment quasi an sich gerissen hat, der dann letztendlich auch Bundeskanzler geworden ist. Dadurch hat er sehr viel Sympathien und einen großen Bekanntheitsgrad in Deutschland erreicht. Aber auch Gerhard Schröder von der SPD hat es verstanden, das Elbhochwasser von 2002 zu seinen Gunsten zu nutzen und man ist sich heute darüber einig, dass er genau deswegen die Wahlen 2002 auch wieder gewonnen hat. Und wie schaut es eigentlich 2021 aus? Wir haben drei Kandidaten, die sich um das Bundeskanzleramt bewerben. Das ist von der CDU Armin Laschet, das ist von der SPD Olaf Scholz und von den Grünen Annalena Baerbock. Wenn wir uns Armin Laschet anschauen, der CDU-Kandidat, hat sich dieser mit seinem Lacher zur falschen Zeit am falschen Bleck sehr viel Sympathien und das Vertrauen von vielen Bürgern verspielt. Sowohl als amtierender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wie auch als Kanzlerkandidat der CDU war es ihm natürlich wichtig gewesen, sich einen eigenen Eindruck von den Ereignissen zu machen. Allerdings alles, was er getan hat, was er gesagt hat, wird mittlerweile in den sozialen Medien davon übertüncht, dass er eben gelacht hat an wirklich falscher Stelle. Im Internet kursiert mittlerweile schon ein Neunamen für ihn, nämlich er wird im Internet nur noch allgemein Armin Laschet genannt. Der derzeitige Finanzminister Olaf Scholz hat seinen Wanderurlaub unterbrochen und reiste in das Katastrophengebiet hinein. Er hat sehr mitfühlende Worte gefunden, um sich an die betroffenen Gesellschaften und Bürger eben richten zu können. Er hat die gewaltigen Zerstörungen erkannt. Es ist natürlich auch eine gute Situation für ihn. Er selber ist Finanzminister zurzeit und als solcher hat er angekündigt für die ganze Bundesregierung, dass man hier also eine solidarische Unterstützung für die betroffenen Regionen pründlich überdenken wird und er hat an Aussicht gestellt, dass hier also viel Geld in naher Zukunft für die betroffenen Bürger fließen wird. Ende vergangener Woche kam dann auch noch Annalena Baerbock vorbei aus ihren Ferien zurück. Sie hat selber dieses Katastrophengebiet im Westen hier nochmal besucht und informierte sich vor Ort über die Lage. Bilder in Gummistiefeln, wie wir das von anderen Politikern gesehen haben, gab es dabei nicht. Auf einer Pressebegleitung hat sie gänzlich verzichtet, auch auf öffentliche Auftritte. Sie hat gesagt, es ging ihr darum, wirklich zuzuhören, auch trösten zu können. Da macht es einen Unterschied, ob Kameras laufen oder nicht, erklärte sie in einem Spiegelinterview. Ja, im Gegensatz zu den drei Kanzlerbewerbern hat sich die Bundeskanzlerin Frau Merkel und auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Frau Dreyer, durch ihre empathischen Einlassungen sehr gut gegenüber den Bürgern dargestellt. Und zum Schluss, Armin Laschet hat der CDU gezeigt, was passieren kann, wenn man eine rheinische Frohnatur zum Kanzlerkandidaten kürt. Und was man nicht vergessen darf, wir haben die nächsten Bundestagswahlen. Zur Zeit werden wöchentlich Umfragen durchgeführt, wie die einzelnen Parteien sich in der Gesellschaft platzieren. Die Grünen sind in den letzten Wochen immer massiv nach unten gegangen. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie durch diese Ereignisse wieder massiv Zuspruch seitens der Bevölkerung bekommen werden. Allerdings gebe ich auch zu bedenken, die Bundestagswahlen finden erst Ende September diesen Jahres statt. Und all diese Umfragen, die jetzt gemacht werden, sind doch nicht aussagekräftig, wer letztendlich das Rennen machen wird. Erst die Ergebnisse zwei oder drei Wochen vor der Wahl werden uns ungefähr eine Richtung geben, wohin dieses Jahr die Bundestagswahlen entschieden werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.